Guten Morgen, wir starten heute mal zu einer Rundeausstellung. Ich habe vor, die Navy zu zeigen, obwohl sie eigentlich noch ein bisschen kurz ist im Fell, aber naja, der Meldebeginn, der liegt schon so lange zurück, da hatte ich noch Hoffnung, dass das Fell noch wächst. Ja, es ist kein so weiter Weg, von daher nehmen wir das mal mit und gucken mal. Die Penny nehmen wir mit, damit sie einfach mal die Atmosphäre da nicht bekommt und sich einfach mal daran gewöhnt, weil das auf sie hoffentlich auch irgendwann zukommen wird. Ja, es wird ein spannender Tag. Ich merke mich später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind wieder da. War nicht so erfolgreich. Dritter Platz, aber naja, wie gesagt, sie hatte zu wenig Fell. So, wir sind wieder da. War nicht so erfolgreich. Dritter Platz, aber naja, wie gesagt, sie hatte zu wenig Fell. Aber die Penny hat das Ganze super, super cool weggesteckt. Die ist jetzt ein bisschen erschöpft. Und natürlich waren wir shoppen. Ich muss das jetzt irgendwie an meinem Mann vorbeischmuggeln, weil er behauptet ja, aber wir brauchen nicht noch mehr so gedöhnt. Ich habe gekauft. Hundespielzeug für die Welpen, neue Geschirre für Boots und Maybe, damit die, ähm, die sind ein bisschen besser, so fürs am Fahrradlaufen oder so. Ähm, naja, Leckerlis, ein neues Wettbett für die Wurfkiste und, naja, die Neppe sind überhaupt nicht für mich. Das stimmt wirklich. Die sind für Enya. Wirklich. Das war's auch schon. Jetzt schnappen wir uns die anderen drei noch und dann gehen wir erstmal ins Feld. Bis zum nächsten Mal.